Herzlich Willkommen meine Damen und Herren zu einem weiteren Part von Let's Play Darksiders, dem schnitzeligen Wunderspiel, wo man Gegner auf die brutalste Art und Weise töten kann. Ah ja, hier geht's weiter. So, jetzt habe ich ja mit diesen komischen Herausforderungen, die ich da lösen musste, mir den Weg gebahnt. Und jetzt erwarte ich mal was Tolles, außer durch Abflussrohre zu dackeln, wie ich das hier gerade tue. Vielleicht, dass ich aufbrechen muss. Alter, na, das wäre ja auch komisch gewesen. Vielleicht sollte ich mal auf die Karte gucken. Hui! Oh, hallo! Und, fuck, komm, ich will an dich ran. Und, du schniffst auch. So, jetzt kann ich hier wieder so lustig drüber springen. Etwa so. Etwa so. Hui! Und du wirst sterben? Der Wunsch sei dir gewährt. Naja, dreh dich einfach wieder weiter, tue. So. Mein letzter Part war ja ein bisschen kurz, aber ich dachte, das war so ein schöner Abschluss. Da spare ich mir... Oh, bin eingeschlossen. Da spare ich mir doch das Weiterführende. Dann auf für den nächsten Part, der jetzt kommt. Hätte ich mal nicht gedacht. Das war alles Skill. So, du bist tot. Du bist tot. Und du bist tot. Ihr alle nichts könnt. Er unterfordert mich total. Mein Gott. Ich bin zu höheren Berufen. Als niedere Basalenflachen. Oder was auch immer ihr seid. Kenne mich bei Dienstdrängen nicht so aus. Vor allem, wenn ihr so Dämonen seid, die ich sowieso nicht zuordnen kann. Und tot. So. Ist das der letzte? Ich hoffe doch. Und tot. Okay. Kann ich weiter? Danke. Und eintreten. Da ist das goldene Lichtchen. Da muss ich hin. Die eingestützte Treppe. Ich sehe keine Treppe. Hallo Gargoyle. Ich möchte mich an dich hängen. Ich hatte erstmal ein paar Zombies zur Quetschung. Komm. Stirb. Und. Stirb. So. Und du auch. Gut. Sehr schön. Ich gehe einfach mal in dieses Gebäude hier rein. Was ist hier? Ne. Ich gehe nach unten hin. Das ist doch dieses Zeichen von Wulgrim, oder? Habe ich irgendwie so ein Gefühl. Hui. Stirb. Stirb. Oh. Seelen. Eine Truhe. Zack. Gar kein Problem. Stirb doch alle. So. Ich als geborener Sensenmann. Ah ja. Woher habe ich das nur gewusst? Wenn überall diese Ammonette hier hängt. Wie kann ich bescheidener Händler dir dienen? Komm. Verkauf mir was. Erhöhlt den Schaden, der durch Waffenangriff verz... Erhöhlt wird. Äh. Bla bla bla. Ein verheirat. Tingixkranz. Tots, Rage. Entweder Angriffen mehreren Treffern. Tods, Rage. Ein gesprungener Kreissägenangriff. Luftsensen, Klingen. ein gewirbelter seitenstoß aus der luft worte herr klinge ein vertikal gedrehter was okay okay sie zorn werden sie zorn wenn der aktiv zeit kriegsgeschichte blablabla okay soll ich mir eine kombo holen ach ich mache einfach waffen meister wie du mächtig bist artefakt tauschen das will ich auch ich krieg dafür 500 sehen wie geil so soll ich mir noch eine kombo holen kommen eine kombo für ein wilder treffer mit werden gefrorener kreisling ein gewirbelter seiten schluss blablabla diese verbesserung vor der trug sind sie mit stufe 2 was nehme ich denn nur ein gewirbelter sind höllenklinge vertikal gedrehter seitenstoß ein wilder angriffe mehr an treffern hört sich eigentlich total gut an aber will ich nicht ich spare ich bin sparsam so bei super stark super stark jetzt wo ich geschoppt habe kann ich guten gewissens weiter ziehen so das ominöse gebäude mit der treppe wird direkt genommen oh seelen die nehme ich gerne zack und jetzt kann ich beide töten sauber okay das war es auch schon wieder und seelen für mich sauber jetzt habe ich eigentlich genauso viel wieder wie vorher so jetzt kann ich hier wieder rüberspringen sehe ich doch auf einen blick und sauber wo muss ich jetzt lang hier lang oh hallo gargoyle viecher oh was sehe ich denn da ein seelenfragment oder was auch immer das war so stück des lebenssteins stimmt ich mache euch alle mit der sense platt so du wirst in der Hand zerquetscht springe ich hier wieder super stylisch rüber passt das ja es passt mein glück super direkt ohne umschweife weiter okay oh hallo ich habe ich ja lang nicht mehr gesehen ein deiner sorte habe ich am anfang getötet glaube ich soll ich jetzt vor dir wegrennen oder dich töten äh ich verstehe das nicht ich ach so in your face verdammt fuck komm stirb du wirst mich nicht treffen sense macht es ouch oder auch nicht aha ausgelichen aha du bist so langsam tja das war es für dich beide Arme ins gesicht und kiefer aha ja gar kein problem jetzt kann ich wieder weiter und ich habe ich habe gedacht du wärst eine herausforderung man war ich enttäuscht bam drüber und mehr seelen jetzt habe ich eigentlich gar nicht die umgebung der eben erkundet wie dumm von mir ich bin einfach hirnlos weitergerannt das war wirklich dumm ich schätze ich komme da nicht so einfach durch und zack tot kann ich hier irgendwas machen naja ich kann die treppen runter gehen wieso benutze ich eigentlich treppen ich weiß es nicht oh mehr seelen nehme ich gerne hoi irgendwie schon faszinierend wie abstumpfend dieses spiel wirkt am anfang habe ich diese moves noch ultra krass gewirkt jetzt ist das für mich so ein tic ja die jugend heute kein wunder dass die jugend heutzutage immer gewalt verliebt ne scherz aber schon krass hoi ja du auch oh das ist ja so eine rüttelkasse truhe oder ist das eine truhe das ist doch eine truhe ach die bricht man auf schlüssel des betrachters ein verzierter schlüssel den das symbol eines auges eingraviert ist schaltet eine barriere frei die sich in der nähe befindet ach was mag das wohl sein diese barriere ich frage mich wohl kann ich hier noch weiter runter nehmen nur so weit wie es möglich äh nötig ist so ach dich zombie habe ich einfach mal ignoriert so bist das zufällig du Aktion ach so ich steche der schlüssel ist eigentlich ein durch mit dem ich das Auge aussteche ach wie schön oh Engel die gibt's noch ich dachte die hätten den Krieg verloren das ist nichts nur ein dämonentrick ich weiß was ich sah er hat recht es ist da unter dem gestank dieses ortes man spürt es uralt weder von der weißen stadt noch aus den schwarzen tiefen dazwischen verloren hüllenwache an die waffen was zur hölle engels bestie drücken sie rt zum schießen drücken und halten sie rt um feinde als ziel für homing schüsse zu erfassen ok la 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 bam bam ich bin gut ui zack boah ich bin super gut alle drei auf einmal schade so nächster und nächster und nächster und nächster sauer und nächster und nächster Und Nächster Und Nächster, ja, ja Sehr abwechslungsreich meine Kommentare dazu Aber sie sterben wie die Fliegen Hätte mehr erwartet von Engelchen So, tot Ah ne, bist du ein großes Viech Autsch Du machst ja tatsächlich was Fuck Ist fies Komm, stirb Stirb Ja Vielleicht sag ich auch einfach Das reicht für diesen Part Und im nächsten Part geht es weiter mit der ultimativen Action Auf dem Greifen Horst, was auch immer ich da fliege Auf Wiedersehen